Sorry. Hast du ganz super gemacht. Wirklich. Grandiose Meisterlässtung. Ich kann mir vorstellen, dass dich mein Gesicht langsam nervt. Oh ja. Nein. Ich schichte den Trug mit Wasser, den ich dir gegeben habe. Das ist kein normales Wasser. Leitungswasser. Magisches Wasser lässt deine Pflanzen sofort wachsen. Cool, oder? Einige Händler verkaufen das vielleicht als... Also achte darauf. Es ist allerdings ziemlich selten und teuer. Alter. Gehst du es über die Pflanzen, die du gerade gepflanzt hast? Und erntest sie. Die Olle ist gleich weg. Ich spüre es. Ja, und was ist mit mir? Ich habe noch gar nichts von dem Scheiß. Sei froh. Oh toll, ich kann jetzt ernten. Wie, wie sei froh? Warum muss ich von der Dame hier quatschen? Ich habe ja auch keinen Hammer. Es sieht nicht zu Hause, ob du die Pflanzen schon gerne hast. Wie ist die Pflanze mit dem Magisch? Oh ja, bla 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 bla. Alter, lass mich weg. Oh. Ich glaube, du hast gerade die Quest zerstört. Ich bin mir nur nicht sicher. Es sieht nicht so aus, ob du die Pflanze schon gerne hast. Scheiße. Gieß die Pflanze mit dem Magischen Wasser. Toll, ganz genau. Alter. Stopf einfach nochmal rein. Kann ich leider nicht. Das hat der Guter Onkel ja super gemacht. Dann gieß mit dem Magischen Wasser einfach nochmal hier den Boden. Okay, weißt du was? Ich verdrösel einfach hier diesen... Was sind das überhaupt? Oh, warte mal. Blündern. Uh, 20 Blüdenblätter. Ich habe eine Truhe gefunden. Was? Ich verkaufe einfach mal hier dieses grüne Zeug und kaufe mir neue Samen. Und dann müssen wir warten, bis das fertig gewachsen ist. Sorry. Das sind ganz super gemacht. Wirklich. Grandiose Meister lässt du. So. 43, ja gut. Kann jetzt... Nein, ich will zu... So, ja, 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 weiß ich. Katzenhemd. Nein, ich will jetzt nicht kaufen. Wer zieht deiner Katze denn ein Hemd an? So, auf 24 Blüdenblätter. Ähm, du. Platsch. Ganz offensichtlich. Platschhemd. Kiwi, wir kaufen uns Samen. Zitronebaumsamen. Apfelbaumsamen. Kohlensammeln. Zwiebelsammeln. Gurkensamen. Kartoffelsammeln. Es wäre schön zu wissen, wann was gewässt. Kaktusbalmensamen. Ach, du Heiliger. Ein Rundschembaumsamen. Äh, was wächst denn heute? Was haben wir denn? Frühling haben wir. Süßkartoffeln, Zwiebelsammeln, Kiwibaum. Was hatten wir? Rote... Rote Beetensamen. Ja. Nimm mal einmal. Ich wollte schon wieder in die andere Richtung laufen. Wo ich das Farmhaus vermutet habe. Ich finde es schade, dass man nichts trennen kann. Harter Typ doch da... Du kannst... Du... Du liebst ihn, ne? Du willst einfach nicht loswerden. Was? Hä? Ja, ja, ja. Ihr geht, geh weg. Da ist was im Busche. Max! So. Kannst du mit dir quatschen, vielleicht? Was ist denn hier? Hier war aus dem Radio aus. Wo bist du? Äh, ich bin am anderem Ende vom Marktplatz. Das sieht aus wie ein Marktplatz im Bau. Äh... Ich seh dich gerade auf der Karte nicht. Fuck. Karte? Ah! Äh... Quasi komplett gegenüber vom Farm-Fan. Warte mal, ich... Geh mal hier so... Ich finde es cool, dass man übrigens auf der Karte auch herumgehen kann. Aber warte mal. Ich seh dich, glaube ich, auch nicht. Ah doch, jetzt seh ich dich. Ah ja. Da bist du. Ach ja, ich sehe da hinten, ist ja irgendwas riesengroßes. Ich glaube, da findet ein Festival statt. Festival? Ja, es soll Festivals gehen. Okay. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Jo, guck mal. Ein Schneegebirge. Ah ja, es gibt so viel. Äh, quatscht du mal mit der Olle? Ja, warte. Wow, was war das denn? Milch, Olle. Nee. Straßen außer Rand und Wand. Ja, ich hab's bei mir auch schon extra Grippe-Stream genannt. Ach ja. So, Chat ist gerade wieder ruhig. Ja, meine auch. Die sind so begeistert von unserem Spieltalent und Synchron-Spieltalent. Die sind einfach nur am Schweigen. Ja, genau. So, Quatsch, du mal mit der Olle, vielleicht kannst du was bewirken. Warte mal, ich mach mal. Erst mal eben. So. Ich hab jetzt einfach mal in meinem Stream-Bild den Chat ausgemacht, weil das Einzige, was da steht, ist das, was ich vorhin testweise reingekrickelt hab. Oh, toll. Nett, dich wiederzusehen. Hey, wie geht's dir? Oh, tschüss. Oh, toll. Ja, ne? Ist das, wir müssen echt warten? Ja, ähm. Ja, genau, so ist es und nicht anders. Okay, wir müssen jetzt warten, bis das Zeug hier wächst. Hast du ganz super gemacht. Ja, ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin doller Typ. Peinliche Schweigen. Boah, also, was können wir denn? Äh, dann war mal ne Scheude. Guck mal, guck mal, guck mal, lecker Lizenz, guck mal. Warte mal. Milten ist zufrieden, okay. Lass mal den Fuchs in Ruhe. Ich glaub, ich nenne den Foxy. Habe ich nicht irgendwo hier so ein Umbinder, ne? Oder wie hieß nochmal der Fuchs bei Zumenia? Zumenia hab ich nicht geguckt. Ah, schade. Ich nenne einfach Foxy. Fertig. So. Das ist kein Hund, das ist ein Fuchs, damit das klar ist. Alles klar. So, ich hör mal, wir gucken mal unsere Wude an, die wir das vermachtet bekommen haben. Fox, der Hund, äh, Futter frisst. Also, geile Küche schonmal hier. Einen Tonkrug, geil, wollte ich schon immer mal haben. Oh, geil, ich kann pennen die. Ah. Oh, ich seh eigentlich recht normal aus. Wozu wir zu pennen gehen, der, der, der Tag-Nacht-Züge und ne? What the fuck? Ah, stimmt, das ist ja angehalten. Was denn? Ja, hast du mal unser Schlafzimmer gesehen? Na, schön, ne? Ja. Hast das sicher du gemacht. Warte, 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 warte. Bleib mal im Bett. Bleib mal im Bett. Ach, geil. Da hat man ja die Frau immer im Blick. Oh, lol, ey. Ich glaube, wir sollen dann dringend mal renovieren. Warte mal, ich habe einen Hammer. Ja, ich nicht. Haha. Das heißt, ich räume mir mal die ganzen Spinnen jetzt mal weg. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen wohlig aus. Ich, ich könnte theoretisch angeblich spülen. Die Quest zerbrechen. Ne, ja, leider ja nicht. Boah, ist ein Hammer, um das zu zerbrechen. Wer sagt denn, dass ich das zerbrechen will? Ich wollte den Kühlschrank aufmachen. Na, Alter. Was ist denn das für eine Bruchbude? Fenster auch kaputt. Ja, ich habe sie nicht gekauft. Das ist von, keine Ahnung. Haben wir geschenkt bekommen, ja. Ja, die waren zum Gastfreund. Die haben gesagt, hier, die Farm kannst du dir haben. Ist ja ein bisschen beinand. Aber warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Wenn ich jetzt da... Oh, guck mal, der Besuch. Er ist. Boah, da hätte ich dich ja beinahe überfahren. Äh, was? Womit denn überfahren? Du bist zu Fuß hier. Benno, vielen Dank für den Host. Und schön, dich wieder mal hier zu sehen. Du musst neu in der Gegend sein. Ich bin Iris. Skateboards und Käfer sind bei Dingen. Alles klar, die Flirte ist schon mal fett mit dir. Weißt du was? Du zerstörst mir die Quest. Ich darf dafür hakeln und du gehst dir mit allen Frauen flirten. Ja. Passt. Äh, gibst du überhaupt Rübe? Besuch mich irgendwann mal. Wo? Ich weiß schon, was du willst, ja. Wir laden das von dir. Äh, was hatten wir nochmal? Rote Rübe oder Rote Biete? Hä? Was? Äh. Äh. Versuch mal gerade die Quest zu reparieren. Die ja unserer Wunderknabe hier. Die Samen wachsen. Keine Ahnung, steht da nicht. Wäre auch mal geil, wenn das da stehen würde, ne? Juh. Er ist. Also, die hat auch ein Übergebiss. Tierknospe. So. Hier, was für dich. Wieso heißt ein Room eigentlich Tierknospe? Nein, ich hab das falsche Ding gekauft. Was sind denn das da? Untersuchen. Ja, ist es halt. Ich glaube, das war Rote Biete. Okay. Aber ich glaube nicht, dass mir hier irgendwo Rote Biete... jetzt, wo wir wissen, wie das Ganze geht, aber jetzt können wir das ganze Quatsch nochmal anhören. Von der Frau, weil ich kein Bock. Ja, hast du ja ganz super. Geil, und nämlich keiner verkauft doch nur diese Frucht. Anscheinend, ja. Aber der Lisa, äh, Lisa, die verkauft doch nur... Äh, die verkauft gar nichts. Okay, der Lade ist leer, kann ich stehlen? Äh, äh, tschüss. Okay. Ich hab gerade ein bisschen mehr Blütenblätter, ne? Also... Nicht wundert. Ja, da wär auch ein Rote Biete. Das ist die Frucht, die wir brauchen. Ich glaube, das wird nichts. Wir müssen, glaube ich, nochmal von vorne anfangen. Ja, habe ich ja schon angesetzt. Aber wir müssen ja warten, bis das wächst. Und das wächst nur pro Tag. Oder so irgendwie, keine Ahnung. Äh. Ja, Leute, ich würde sagen, das war Stachsel. War lustig. Wir danken euch bei Onkel Schopse, das ist vorbei. Äh, ich weiß nicht, ich mach so einen Cut rein. Da müssen wir das ganze Quatsch hier nochmal zeigen. Sonst steht vielleicht die Farm irgendwo anders. Aber ja. Alle Klammer normal, ich geh mal kurz raus, ne? Zurück zum Hauptmenü. Und mal eine neue Welt auf. Und diesmal lässt du mir die Quest fertig machen. So, löschen. Zack. Aber jetzt müssen wir immer wieder Multiplayer funktionieren. Äh, ich habe die Welt gelöscht. Das könnte es vielleicht sein. Das ist alles so nach der Reihe verschwindet. Ach, geil. Ich kann Welten zerstören. Ich bin der Weltenzerstörer. Juhu. Ich bin Imperator. So, weiter. Ja, das passt ja alles. So, warte mal. Juhu, du bist ja mal. Ja. Da wieder Überstunden schieben, ne? So, Instruktionen brauchen wir nichts. So, wieder zurück zum Hauptmenü. Ist da Yen eigentlich noch da oder ist die schon schlafen gegangen? Ja, da war... Ich lade ihn mal zuerst ein, da kann ich es sagen. Lable Friends. Ja, das da. Was denn? Shadow. Moin Loading Screen. So, warte mal. Kann ich die jetzt eigentlich schon einladen? So. Einladung ist raus. So, warte mal. Boah, das mit dem Wusten wird immer besser. Ähm. Juhu. Das war... Geil, ich habe ja nicht auf die Zuschauerliste gemeint. Hier klicken, um beizutreten. So. Shadow, wie lange bist du schon dabei? Bist du der eine Zuschauer, der seit... Keine Ahnung, wie lange zuguckt? ... Ich ab, da habe ich sicher. Ich habe ja nicht versucht... ... ... Vielen Dank.